Wie willst du einen Chirurgen mit fünfprozentiger Sehkraft in die Arbeitswelt reintegrieren? Ich bin Eli. Umi. Ich ruf dich an. Dann brauchst du aber noch meine Nummer. Frau Hatem. Sie sind das Opfer. Sarah. Oh, entschuldige. Vielleicht liest du erst mal meine Recherche, bevor du hier anfängst. Du hast einer Patientin einen Eingriff zugesagt, den ich klar und deutlich abgelehnt habe. Du hast einfach abgelehnt, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen. Es ist nicht Ihre Schuld, falls Sie mir als Zeugin brauchen. Hören Sie mir überhaupt zu. Ich habe Schmerzen. Frau Fiedmann? Vera Bader war meine Mutter. Ach. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Können wir reden? Darüber, ob ich kiffe oder mir irgendwas anderes reiziehe? Sexuelle Übergriffe in der Sachsen-Klinik durch Dr. Martin Stein. Ich habe mich nicht mehr als Zeugin. 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 Vielen Dank.